Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Navigator. Heute, keine Ahnung, wieder mit Chippelonke. Ich weiß nicht, was ich heute alles schon aufgenommen habe. Hier war es wieder Arena und ich versuche nochmal Pentacle zu bekommen. Ja, das ist glaube ich die letzte Aufnahme, die ich auf meinem Weg zum Pentacle irgendwie mache. Aber ansonsten ja. Na, ich glaube, werde ich jetzt nicht so viele Videos davon aufnehmen, weil es immer das gleiche. Ändliche Götter, Thanatos, Shiver, Freya. Irgendwas so in der Art und ja. Da habe ich dann nichts Neues zu zeigen und deswegen dürfte es auch immer wieder das gleiche sein. So, da ist die Frage ist bloß. Ich werde mal versuchen, das in meinem alten Bild umzustellen. Vielleicht könnt ihr ja mal ein gutes alten Bild sagen für Chippelonke. Mit dem man auch... Ja, möglichst viele Kills kriegt. Kann auch sein, dass ich nach dem fünften Kill in Reihe sterbe, das ist mir wurscht. Aber hauptsache ich kriege die Kills. Ja! 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 Ich habe ihn! Ja, klar mag ich ihr könnt es zurückgehen, aber ich, ich, ich mit Chippelonke muss es schon laufen, Mann. Das kann jeder zurückgehen, ihr wirklich. ja nur bis mit der mensch war für es auch ziemlich stark besser helfen könnte es ja kommt kann das anders sobald ist lange ich meine papa kann ich die eins anlassen es ist keine unterschiede was haben die denn mädchen beschaden noch ein bisschen meilen apodite mehr defensiv vielleicht wenn du bist das aggressiver mage oder damage mage halt ich sollte mir angewöhnen während des schwarzes öfters zu schießen vielleicht ein bisschen was helfen weil ich ja dann auch verlängerte reichweite haben während die ulti an ist deswegen das war jetzt ohne sinn und verstand erwartet einfach bis ich ihn so down kloppe dass er sich den lastet holen kann ja und die combo könnte ich auch mitmachen er sieht dann halt nichts müsste er halt nagel die gegner sehen nichts und er müsste nah genug rankommen aber derzeit das ist nicht so gut ich habe irgendwie gesehen der da vorne in der richtung war ich habe jetzt auch wieder so wo sind die schuhe jetzt den hier auf lifestyle variante also auf assassin klinge wir führen punkte mäßig 59 punkte keine chance auf den kill da bin ich halt mit meinen jetzt noch recht langsame autotext als einzige schaden das war ja benachteiligt es heilt sich fleißig ich lasse es den krieg ich nicht da bin ich ein bisschen zu lang was mich jetzt schon wieder nervt dass sie halt zwei healer im team haben ja und ja ich bin jetzt echt lange meckern also das wird hier nichts mit großen kill säge nicht wirklich ich weiß es noch nicht wirklich ich weiß es noch nicht wirklich ich weiß es noch nicht mehr ich weiß es noch nicht mehr das ist schon gefeiert ja ich habe es heute ist ja auch mit der welle durch jeder der viel schaden auf einen schlag macht kann gut killstie was bei mir später dann wenn ich starke autotext machen ja nicht anders ist aber noch ist es nicht so jetzt erst leicht nicht dabei ist vielleicht etwas früh aber fetter ist ist eines der wichtigsten items als jeder edc und hunter nein wieder mit der michel ist laut ich höchste sich selbst las den scheiß aber seine selbst schuld wird da jetzt seine ulti rausschmeißt ja komm der will mich kriegen habe ich das gefühl mannubis und poseidon sind down ansonsten kommen hier vier gegner ja ich müsste halt alles kriegen aber was ich nicht tue da regt mein team zu viel eindeutig müssen wir mal wenn ihr lust habt dann könntet ja mal in die kommentare schreiben eine fünf mann party machen und dann in arena match machen der ist nicht dran gestorben wer hat den blöden typ gemacht gerade war ich denn? ne war ich nicht ich habe erst zwei kills in letzter zeit gemacht komm, backporten er wird mich jetzt schon nicht nerven flamen sie alle rum keine ahnung was haben die da so äh hier ist auch das erstmal kaufen ja äh kein ulti combo das lag vorn daran dass du deine ulti weggeworfen hast ansonsten hatte ich jetzt ein ulti gemacht okay äh irgendwer anders hat die Noss ein ulti verwendet die hat Poseidon aber sowohl rar als auch aber das hat mit vollem ulti gemacht als wir alle zusammen in der ecke standen so als nächstes die dreiheiten vielleicht durchkaufen oder ne äh ich glaube das war eine falsche wahl nicht lieber das wäre das dann doch vielleicht doch mehr ist das ist was ich brauche hm bei wenigstens habe ich diesmal problemlos meine passivfolge verdreht ah ich lasse es auf Entfernung zu treffen mit ulti nein äh ah fuck wieder nichts geschafft zurück und farmen ja vielleicht mal aufpassen dass ihr nicht da und sterbt ich bin noch nicht so weit dass ich mit dem Gegner durchwenden kann halt jetzt nein wer hat jetzt die kills bekommen wer hat jetzt die kills bekommen wer hat da jetzt die kills bekommen ich glaube alles oder alles hat er ist ein kill davor das ist doch eher wahr wenn wahr gewesen sein wird so eine ulti einmal durch ich glaube da hat sie sogar eingesetzt sich dann einmal ja komm nicht weg laufen nein nein ich muss echt mehr schaden machen mit vielen autotex ich werde eh langsamer wenn ich da und werfe äh schieße autotex meine ich halt ja geil und schon wieder nichts hm ich hab jetzt nichtmals ein flügelgel geschafft double habe ich das weiß ich aber ich wübel leider nicht so zu jetzt viertel ja ok ist raus verteidige ich ja und wo sind die gegner nein nein komm das wäre es jetzt quarter kill gewesen ja jetzt mal aufwände rum zu flamen ich meine es aufgrund dass ihr keine edc seid habt ihr mehr recht die pilze zu bekommen als ich ja halt zum maul an du bist ehrlich nein da sind sie tot die gegner ohje war mal wieder nichts mit den kills ich würde sagen man sieht sich beim nächsten mal tschau leute nochmal mal durchschauen tschau tschau se Dad ni từ